Konnichiwa, Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Overwatch. Ja, ich habe jetzt Pharah genommen, die mag ich ziemlich gerne. Wir sind jetzt hier wieder in Hollywood, wir müssen angreifen und ja, mal sehen, was das Team hier wieder zustande bringt. Zweimal Widowmaker, einmal Hanzo, Diva und ja, das sieht schon mal scheiße aus. Aber okay, kann ich jetzt auch nichts ändern. Wir warten, ich warte sehnlichst nach dem Patch, dass wir Sombra spielen können, Sombra. Ich weiß nicht, ob man sie so rausspricht, aber ich bin sehr gespannt auf sie. Auf dem PC kann man sie schon spielen, aber auf der Konsole noch nicht. Finde ich ein bisschen unfair, dass ich noch warten muss. Also, ich muss nicht warten, aber ich will halt mit der Playstation Sombra spielen. Die Mexikanerin, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ihre deutsche Stimme schon gehört, klingt sehr nice, finde ich jedenfalls. Und ja, einfach mal gucken. Ich finde sie schon cool. Also sie sieht schon vom Charakterdesign her, sieht sie richtig krass aus. Ihre Fähigkeiten, was ich alles gelesen habe, mein lieber Schwan, das kann ziemlich krass werden. Dass sie sich so für ein paar Sekunden unsichtbar machen kann und das weiß ich alles, ey, das ist so krass. Das ist so viel, da kann man gar nicht alles erklären. So, dann fangen wir mal an, hier wieder in Holyrood zu starten. Oh, das ist ein Geschütz. Ja, sag mal was Neues, Widowmaker. Das ist wieder so ein scheiß Genji. In diesem Sand-Nomaden-Skin-Modus. Hallo! Oh, da kommt gerade einer um die Ecke. Fuck you! Meisterhaft. Dankeschön. So, ich brauche jetzt Leben. Ah, ah, ah. Diese Geräusche immer. Toll, hier hat schon sich jemand Leben gepackt, geschnappt. Nein, meins. Ich beanspruche das. Wo ist denn der scheiß Genji? Genji! Deine Mama hat dich nicht lieb! Scheiß, wo ist denn der? Oh! Oh, hu, hu, hu! Na du! Den hab ich gar nicht gesehen! Ich hab den gar nicht gesehen gerade. Geschieht dir recht, du kleiner Lutscher. Uh, hu, hu, hu. Das war mega nice. Knapp. Oh, hi, Senjata. Das ist auch so eine Nervensäge immer. Ich höre laute Schritte. Irgendeiner kommt hier gerade. Ich sehe dich. Der zieht doch auf mich. Ah, super. Ja, es läuft eigentlich bis jetzt. Gibt's schön, aber... Was soll ich sagen? Unser Team geht uns nicht voran. Die laufen nicht voran. Ich weiß nicht, wie ich das hier alleine regeln soll. Das ist eure gerechte Strafe! Ja, das ist meine Strafe jetzt. Schön. Ich hab hier auch nur Widowmaker, wa? Sind da immer noch alle... Oh ja, natürlich. Ja, ich weiß, Farrah. Das ist eine Schande, dass wir verlieren. Aber was sollen wir machen? Ich muss ein bisschen aufpassen, wegen dem Spielsound. Die letzten zwei Parts, die ich gemacht habe, ich hab keine Einstellungen, nichts verändert. Und irgendwie war der Spielsound nicht vorhanden. Der war total leise. Und ich weiß nicht, warum. Das war so, als ob ich keinen Sound hatte. Das war total schlimm. Dann hab ich jetzt ein bisschen rumgespielt. Wenn das jetzt wieder laut ist, dann weiß ich auch nicht. Irgendwas... Hey, ihr Schnuckis! Ich nehme den Punkt ein. Benötige Unterstützung. Oh, scheiße. Scheiße. Captain Blablabla hat mich gerade gekillt. Ey, das ist so doof. Wir haben jetzt so viele Scharfschützen. Was macht ihr denn? Vielleicht nehme ich auch mal eine kleine schnucklige Tracer. Cheers, love! So alleine kann ich jetzt sowieso nichts machen. Ich könnte jetzt höchstens vielleicht einen Reinhard nehmen, aber... Nee, hat irgendwie keinen Sinn. Das Team spielt ja wieder egomäßig. Nein. Oh, passt noch den. Oh, jetzt lasst euch doch nicht von denen hier... ...einkesseln. Leute, wir müssen hier vorankommen. Ja. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich kann hier nichts alleine ausrichten. Die Widowmaker... Ja, die zwei Widowmaker stehen super. Boah. Die braucht man gar nicht. Drei Scharfschützen. Einmal Hanse auch noch. Was soll man denn mit die... Ja, um Kämpf. Wenn die jetzt sterben, dann war es das eh. Verlängerung. Weil ich hier bin, ne? Oh, natürlich kriegt er mich auch noch. Kommt schon, Leute. Oh, seid nicht so dumm jetzt. Bitte. Die lassen sich gerade alle killen. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ernsthaft, das ist, Leute. Geht's kacken, Leute. Geht kacken. Was seid ihr denn für Spaßen, ey? Die sind im Punkt. Die sind wirklich im Punkt. Und lassen sich... ...ein nach den anderen von den Genji killen. Ey, wirklich. Und dieses Gen sieht so hässlich aus. Das ist so hässlich. Und genau das auch noch. Ne, das war das andere, oder? Ich weiß jetzt nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, das ist es. Alter. Der war schon tot. Und da gebe ich kein Like für. Ihr seid alle scheiße. Tut mir leid. Ich nehme jetzt meine Punkte und gehe von euch. Ihr seid auf. Mit solchen Leuten macht das keinen Spaß. Das hat man gesehen, wie du gerade gegen Genji abgelust hast. Alles klar. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. So. Gleich nochmal neu suchen. Ich habe keinen Bock mit diesem Team. Weil wenn alle die gleiche nehmen oder alle gleiche Kategorien nehmen, alles scharf schützen, dann bringt das nichts. Oh nein. Ich bin schon wieder in der gleichen Instanz. Lass mich raten. Jetzt bei Verteidigung. Dann kann ich gleich wieder rausgehen. Dann ist es nämlich das gleiche Team. Hm. Ja. Nicht mit mir. Macht mal. Aber nicht mit mir, bitte. Ich warte kurz. Klappe Road Dog. So. Bitte kein Hollywood. Alter. Bitte, Leute. Ich will nicht in Hollywood sein. Nicht mit dem Team. Bitte. Das gibt es denn. Wer ist wieder Verteidigung ist, ey, dann. Leute, ich will nicht bei euch sein. Wie oft denn noch? Warum sind die so anhänglich? Gibt's doch nicht. Ich gucke mir jetzt die Hellengalerie an. Muss ich kurz warten, bis ein anderer da rein joint. Das hätte ich auch gerne so neue Moves. Junkrat. Ich habe hier was Neues. Wusste ich gar nicht. Sprüche. Kaboom. Und es hat Boom gemacht. Kaboom. Kaboom. Gefällt mir. Spray habe ich auch neu. Was ist das? Was ist das hier? Respect me. Das ist wahrscheinlich so ein allgemeines Icon. Von ihnen habe ich aber eigentlich auch gar nichts. Wirklich. Boop. Von Sombra. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses R rollen soll. Ich bin mir gar nicht sicher. Egal. Ich sage Sombra. Ist ja so mexikanisch, ne? Können wir jetzt spielen, bitte? Oh, wenn jetzt wieder Hollywood kommt, dann. Ankunft in King's Row. Ja, okay. King's Row ist genau... Oh, nee. Ich hasse diese Map. Aber wenigstens eine andere Map. Immerhin. Wir müssen ja halt noch ein Match zusammenkriegen. Hauptsache, das Team ist nicht wieder so... Hm, ja. Ich nehme... Ich möchte eine Heilerin eigentlich nehmen. Wie wäre es mit Anna? Hört niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Oh, es hat sogar schon angefangen. Na toll. Heute bin ich nicht mit Glück gesegnet, wie es aussieht. Schade. Ich hasse verteidigen, aber na gut. So, Leute. Ich bin auf dem Weg. Ich beeile mich. Die Anna, die alte... Ich wusste gar nicht, dass sie so alt ist. Sie ist ja schon 60. So ein paar Insider-Informationen, was ich auch nicht so wusste. Oh, nein. So ein paar Insider-Informationen, was ich auch nicht so wusste. Jetzt wird es schnappt. Oh, nein. Komm schon. Dann musst du... Ja, wie soll ich denn das machen, bitte? Wo sind die Kleine? Oh Mann, ich muss ja jetzt hier super zielen wieder. Natürlich kommst du zu mir, du blöde Affe. Puh. Okay, super. Okay, ich bin grad ein bisschen... Äh, oh fuck. Immer schön hinter der Wand gehen, damit man hier ein bisschen... Okay. Oh fuck, das sieht eigentlich überhaupt nicht gut aus hier. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hier zuerst hängen soll. Oh Gott, ich seh nichts. Ich bin hier so voll überfordert gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, grad wo ich auf sie schieße. Ist eigentlich voll unlogisch, dass man auf jemanden schießt, damit man ihn heilt, aber... Ist ja egal. Oh, schade, dass ich die nicht gekillt habe, aber na gut. Der kommt jetzt von der Seite hier, ne? Genau. Scheiße. Ah, scheiße. Ich bin so voll konzentriert, aber das hat jetzt nichts gebracht. Ich nehme mal Road Dog, ein bisschen... Wir haben ja hier noch eine Anna. Ich weiß nicht, warum jetzt jemand nochmal Anna nehmen musste. Aber okay. Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse. Das bringt ja nichts, wenn hier jetzt hier mehrere Anna sind. Da machen wir kaum Team-Schaden und können die nicht zurückdrängen. Das ist nicht so cool. Das ist ja unser Ziel, dass wir die zurückdrängen. Und so kann ich ein bisschen mehr Schaden machen, hier mit unserem kleinen Dickerchen. Eigentlich ist das Team nicht schlecht. Die machen hier gute Arbeit. Warum renne ich eigentlich dahin, wo die gerade sind? Komm, komm noch her. Scheiße. Warum klaut ihr mir alle Kills? Ich will auch killen. Zwickt im Schritt. Äh, ich meine... Ach, ich kann mich ja heilen, ich hab's vergessen. Wow, also unser Team ist krass. Oh, danke schön. Sehr lieb von dir. Ey, Erschir, das ist nicht cool von dir. Das ist nicht nice. Nochmal das Ganze. Ha ha ha. Abgekackt. Wir haben sein Special abgekackt. Ich hasse es, wenn es bei mir passiert, aber es ist geil. Wenn es bei den anderen passiert. Wenn ich das denen vermiese, finde ich sehr nice. So, Leute. Klasse Scheiße. Ich hab noch nie erlebt, dass man hier festsitzen kann. Der ist jetzt sauer auf mich, glaube ich. Weil ich den Special vorhin versaut hab. Ich hab keine Ahnung. Aber nicht mit uns. Mech, 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 on. Krass ist scheiße. Fick dich. Jetzt hab ich noch einen Special geklaut, alter. Ha ha ha. Oh mein Gott. Krass ist scheiße. 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 Nein. Oh nö. Jetzt nicht bitte zum Ende verkacken. Kommt schon, Leute. Ey, das ist so ein super Sieg, was wir hier gerade... Also so eine super Leistung, was wir hier machen. Das können die nicht mehr schaffen. Die wissen... Oder? Ah, es gibt auch Checkpoints. Das ist scheiße. Leute. Tötet sie. Oh fuck. Die sind alle hier. Oh scheiße. Oh man. Oh man. Das war... Ist doch jetzt klar. Ist doch jetzt klar. Wir haben... Oh man, wir haben die so super aufgehalten. Ah, scheiße. Läuft gerade ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ich hol mal Reinhardt, wie was. Wir müssen die zurückdrängen, sonst verkacken wir. Wenigstens eine Person, die sich dem Team anpasst, ne. Machen die anderen ja nicht so gerne. Ich weiß nicht warum, aber... Scheiße. Oh, hi. Leute. Ähm, das sieht hier ein bisschen chaotisch gerade aus. Uh. Nein. Die bläht sich jetzt nicht den Steepunkt. Scheiße. Nerf das hier, Alter. Scheiße. Okay, ich hab mich geopfert für die Allgemeinheit. Alter, was hier gerade abgeht. Leute, kommt schon. Ey, ihr dürft doch jetzt nicht zulassen, dass wir verlieren. Ja, gibt alles. 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 Schütet sie. Perfekt. Perfekt. Das ist ein super Sieg. Das war wirklich schöne Teamarbeit. Gefällt mir. Hat mir Spaß gemacht. Das war ein cooles Team. Sehr ausgeglichen auch. Da war noch die Anna da unten. Sehr cool. Puh. War knapp, aber hat Spaß gemacht. Boah, das ist so mies. Boah, das ist auch mies, ey. Das ist so mies. Ich hasse es, wenn die das macht. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Gegner total fluchen mit diesem Dreck. Ey, wenn man so eingefroren wird und einfach dann so zermatscht wird, das ist richtig krass. Das ist richtig heftig. Oh je. Na gut. Oh, danke schön, dass ich wenigstens ein paar Likes bekomme. Meine Arbeit wird gewürdigt. So, ein paar Punkte. Kriegt man ordentlich Punkte sogar, sieht man. Wenn man verliert, kriegt man nur so einen kleinen Haufen von Punkten. Das ist nicht so schön. Kommt man auch nicht weit mit. Aber na gut. Ich mache es hier erstmal wieder einen Cut. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, da es Reinhard, unser Held, schaltet dann wieder ein und bis dann.